So wünscht man sich doch so ein Spiel, oder? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll man schießt denn die auf, auf die Viecher? Da sehen wir das mal aus. Jo. Läuft. So. Das sind natürlich ein Problem. Sollte ich jetzt das deaktivieren? Gebe mir die Kanone auf den Hals. Zack, das war's. Hm. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. So kann's auch gehen. Heute Akten hat Novagan von der Regierung finanziert das Militärprogramm geleitet. Einflang war vermutlich ein Test. Tja, okay. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Tja, okay. Hm, hm. Handelbahn lenken So Nice 12 Und jetzt? Vielleicht brauche ich den ja gar nicht Den brauche ich schon, weil der sperrt mir den Weg zu dem anderen Na super Ja, das hätte ja nicht funktionieren können Hmmmm Okay Also vergesse ich vielleicht erstmal Den da oben Na aber an So So Drei Na das klingt Oh das sollte zu schön sein können Egal Oh nochmal So ein bisschen können wir die Laufwege denn schon So Hmmmm Hmmm Hmmmm 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 Hm Hmmmm Ja, das hat so auch nichts gemacht. Scheiße. Okay. Ja, das ist ja nicht mal relativ richtig zu sein. Den kann ich halt jetzt nicht aktivieren, weil ich kann mal an diesem nicht vorbei. So, das heißt, ich muss den hier erst mal aktivieren. Dann kann ich hier rüber. Ich könnte mich... Ah, ja, warte mal. Oh, dann komme ich hier dann schon wieder. Okay, jetzt warten wir mal. Ich habe eine Unsichtbarkeit. Das bringt leider nichts. Okay. So. Okay. Okay. So. Okay. Okay. So. Jetzt. Okay. Okay. So. 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 Das können wir auch nicht. Das ist mein hartes Level. Ich kapiere immer noch nicht so ganz. Das ist mein hartes Level. Das ist mein hartes Level. Das ist mein hartes Level. Ich glaube, wenn meine Idee mich nicht im Stich lässt, werdet ihr gleich... Wahrscheinlich habt ihr ihr sich schon längst selber rausbekommen. Oh man, das ist so... Oh Gott, das liegt so auf der Hand. Warum denn selber machen? Warum denn selber machen? Ja genau. Geh, fick dich doch einfach. Geh, fick dich doch einfach. Entschuldigung. Äh, piep dich doch einfach. So. Oh Gott. Oh Gott. Touché. Touché Level. Touché. Das war jetzt... heiliger Schalter. Was... So. Hm. So. Wie nochmal rum. Tromm! Teufel. fucking. Na das würde ich nicht. Das war was. Das wollte ich nicht. Das letzte Levelvirat hat mich jetzt ziemlich... hehehe. Okay. Das hat mich jetzt ziemlich nerven gekostet. Nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. So. Und dann sind es wieder so Leichte Level zu stören Zum Hirn ausspülen oder so Keine Ahnung Ich hatte gehofft Das schaut jetzt ein bisschen dumm aus was ich hier mache Was hat Sinn Werdet ihr gleich sehen Das ist ein bisschen dumm aus was ich hier mache Das ist ein bisschen dumm aus Da war ich jetzt einen Schritt zu weit. Dann noch einmal. Da ist immer dieser eine zu früh. Und ich denke, ich bin hier gut. Wie viel haben wir? Es ist schon 11. Na gut. Darf es auch mal sein. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist die Frage, kann ich den jetzt? Die Antwort ist nein, kann ich nicht. Schön, schön. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich kann hier. Zurück gehen. Eins zurück gehen. Nicht nach vorne gehen. Ach ja Ihr habt es nicht leicht mit mir, ne? Ihr habt es nicht leicht mit mir Aber glaubt mir, ich leide hier Genauso wie ihr Mit dem Unterschied dazu Eieieieiei Mit dem Unterschied dazu, dass ich das Spiel spielen darf So Ta-da! Ich habe hier noch mehr. Nowak hat versucht seine Forschung an chinesische Unternehmen zu verkaufen. Ein strenges Regierungsprogramm zum freien Verkauf auf dem Schwarzmarkt? Offenbar hat jemand davon erfahren und Nowak ausschalten lassen.